Die Alternative für Deutschland, AfD, war an diesem Sonntag auf dem besten Weg, die erste rechtsextreme Partei zu werden, die seit dem Zweiten Weltkrieg eine Landtagswahl in Deutschland gewinnt, wie Umfragen zeigen. Es war jedoch fast sicher, dass sie von rivalisierenden Parteien von der Macht ausgeschlossen werden würde. Die AfD wurde mit 33,5 Prozent der Stimmen im Bundesland Thüringen prognostiziert, was deutlich vor den 24,5 Prozent der Konservativen lag, wie die Umfrage des Senders ZDF zeigte. Im benachbarten Bundesland Sachsen lagen die Konservativen mit 32 Prozent an der Spitze nur einen halben Prozentpunkt vor der AfD. Die AfD ist migrationsfeindlich, euroskeptisch und russlandfreundlich und besonders stark war im ehemaligen kommunistisch geführten Osten, wo die Sorgen über die Lebenshaltungskostenkrise, den Ukraine-Krieg und die Einwanderung tief verwurzelt sind. Eine tödliche Messerattacke vor zehn Tagen in der westdeutschen Stadt Solingen schürte insbesondere die Sorgen über die Einwanderung und verstärkte die Kritik an der Handhabung des Themas durch die Regierung. Der AfD-Vorsitzende in Thüringen, Björn Hucke, ist eine polarisierende Figur, die Berlins Denkmal für den Holocaust der europäischen Juden durch das nationalsozialistische Deutschland als Schandmal bezeichnet hat. Er wurde in diesem Jahr bereits zweimal verurteilt, weil er bei Parteiveranstaltungen einen Nazi-Slogan verwendet hat. Alle anderen Parteien haben sich verpflichtet, eine AfD, die sie als antidemokratisch und extremistisch betrachten, nicht in eine Koalition zuzulassen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017